Yo Leute was geht ab, sehen wir jetzt wieder da mit dem neuen One Piece Kapitel 954 Review und Analyse. Der Titel des Kapitels lautet Wenn ein Drache Flügel bekommt. Auf der Cover Page sehen wir Bad Shift, wie es versucht durch die Red Line zu kommen. Aufgrund der Vorkommnisse im Mary Geoisee aber lauern dort einige Schiffe, vermutlich Marine Schiffe oder sogar welche der Revolutionsarmee, an denen kommt er nicht so einfach vorbei. Hier ist zwei Szenarien, wie es weitergehen könnte, entweder wird Badge von der Marine gefangen oder aber er tritt auf einmal der Revolutionsarmee bei, was ich mir aber eigentlich kaum vorstellen kann. Was auch sehr süß ist, dass ein Schiff hinten am Bug eine Flagge hat, auf der steht, ich liebe Familie, ooooh Honey. Das Kapitel startet in Ringo, es sind noch 7 Tage bis zum Einmarsch in Onigashima. Kawamatsu ist erschrocken, dass Hiyori Zoro Oden ein Schwert geben möchte. Hiyori erklärt uns, dass ihr Vater Oden den 2 große Schwerterstil benutzte. Vor seiner Exekution gab es ein Schwert Amen no Habakiri an Momonosuke und Hiyori bekam das Enma. Das Amen no Habakiri gab es auch in echt. Es war das Schwert welches der Gott Susana benutzte, um Yamato no Orohi zu töten. Dies deutet darauf an, da sich dieses Schwert im Besitz von Momonosuke befindet, dass Momonosuke Orohi bekämpfen und besiegen wird. Nachdem Susano Orohi besiegt hatte, bekam er das Schwert Kusanagi no Tsurugi, welches Susano seine Schwester Amaterasu schenkte. Gut möglich, dass eines von Orohi Schwertern dieses Kusanagi ist. Nachdem Momonosuke dann Orohi besiegt, gibt er das Schwert an Hiyori weiter, da dieses ihres an Zoro weiter gab. Interessant dabei ist auch, dass sich die Zeichen verdichten, dass Momonosuke an Susano und Hiyori an Amaterasu angelehnt ist. Was Hiyori erwähnt ist auch, dass beide Schwerte sehr bekannt sind und beide von anderen Schwertmachern geschmiedet worden sind. Sie erklären nochmal, dass Zoro das Juzui zurückgeben muss, denn es ist von großer Bedeutung für Wano. Als es verschwand, war Wano in extremer Trauer darüber. Zoro sagt, er gibt Juzui zurück, wenn er ein Ersatzschwert bekommt. Er erwähnt auch, dass er gegen Ryuma gekämpft hat und er sein Grab besuchen will. Kawamatsu hält Zoro nun für ein bisschen Lockedocker. Die Szene wechselt zur Blumenhauptstadt, wo die Gefangenen immer noch befreit werden müssen. Wir sehen Law, wie er blutverschmiert auf einem Stuhl sitzt und sein Schwert auf Hawkins richtet. Hawkins hingegen liegt ebenfalls blutverschmiert auf dem Boden, sein Körper ab der Hüfte in zwei geteilt. So wie es aussieht kam es zu einem Kampf zwischen Law und Hawkins, welchen Law für sich entscheiden konnte. Nun fragt Law, was denn eigentlich mit der Kit Apu Hawkins Allianz geworden ist. Hawkins erklärt uns, dass Apu von Anfang an ein Mitglied der Beast Piraten war. Als Kaido von der Sky Island runterfiel, gab er Kit und Hawkins ein Angebot. Wenn ihr meiner Crew joinen wollt, empfange ich euch mit offenen Armen. Kaido ist nämlich ständig auf der Suche nach starken Crewmitgliedern. Er möchte die stärkste Armee der Welt erschaffen. Hawkins hat wohl mit seiner Fähigkeit die Chancen eines Sieges ausgerechnet und kam auf 0%. Die Chance zu flüchten war 0% und die Chance zu überleben wenn sie zustimmen immerhin 40%. Es gab also nur eine Möglichkeit. Doch Kit und Killer wollten sich nicht Kaido anschließen. Sie stellten sich Kaido und kämpften bis sie nicht mehr kämpfen konnten. Kaido ist nicht der Typ der einfach Leute tötet, Kaido bricht gerne den Willen von Leuten damit sie seiner Crew joinen. Hawkins sagt aber, dass Kit niemals nachgeben wird, deshalb wird er sterben. Seinen Crewmitgliedern wird erzählt, wenn sie das ein oder andere für Kaido tun, wird ihr Kapitän vielleicht freigelassen, deshalb hatte Killer wohl auch für Orochi gearbeitet. Orochi benutzt also Kates Crew. Hawkins sagt, dass Laws Allianz mit den Strohhüten wohl gut läuft. Sie sind ohne Probleme nach Warnung gekommen, aber Law hat wohl einen Wechsel des Herzens. Was soll das heißen, hat sich Laws Plan nun geändert? Plötzlich steht irgendwer bei Law, man kann aber nicht erkennen wer. Und Law sagt einfach nur, wenn es dein Plan ist mich flüchten zu lassen nehme ich es gerne an. Noch 6 Tage bis zum Einmarsch in Onigashima. Die Szene switch zum Udon Gefängnis, Hiyo trainiert Ruffy. Er versucht ihm die neue Haki Fähigkeit beizubringen, indem er Ruffy gegen eine Stallwand hauen lässt. Ruffy trainiert wie ein Besessener und schafft es einige Dellen in die Stallwand zu hauen. Noch 5 Tage bis zum Onigashima Einmarsch. Nun kommen wir nach Kuri. Kinemon sagt allen, dass sie 2 Linien am Bauch der Viper zeichnen sollen. Dies wäre die Nachricht Yasuís. Im Kuri Hafen sind Franky und die restlichen Teile der Allianz, die die Schiffe reparieren. Der Schiffsreparierung Squad. In Udon erhält auch Hiyo die Nachricht und in Udon befindet sich der Waffenbeschaffung Squad. In Ringo sehen wir den weiblichen Yakuza Boss welcher Chef des Schwertsammelsquads ist. Und in Kibi haben wir noch einen anderen Yakuza Leader. Alle haben nun die Nachricht bekommen. Kinemon erklärt uns, dass man sich in Wano auskennen muss. Zumindest was die Häfen von Wano angeht um das Puzzle lösen zu können. Die Viper steht für Habu Haber. Habu bedeutet Viper. Alle Häfen in Wano haben Tiernamen und wenn man an die Viper noch Beine malt sieht sie aus wie eine Echse. Das steht dann für Tokagehafen. Also Tokagehaber. Denn Togage bedeutet Echse. Die Allianz freut sich, dass alles momentan so gut läuft. Sie haben Waffen sammeln können, kriegen immer mehr Leute und 7 von den neuen roten Schwertscheiden sind auch am Start. Uns wird erklärt, dass es 2 Wege nach Wano Kuni gibt. Der eine ist darauf zu hoffen, dass einer der Käufische das Schiff den Wasserfall raufzieht. Beim anderen muss man den Wasserfall mit einem Schwertze teilen, durchfahren und dann gelangt man in eine Untergrundhöhle. Der Tunnel führt zum Mugura Hafen, aber ohne Kaidos Erlaubnis würde man es nie durchschaffen. Wenn man dann mit einer Gondel fährt, kommt man nach Hakumai. Kaido bekommt einen Anruf von Scratchman Apu. Dass sie nun in Hakumai angekommen sind, denn sie wollen das Fest nicht verpassen. Wir sehen 2 Kinder, die Apu beobachten und sagen, die Nummern seien wieder da. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht aufgefressen werden. Und tatsächlich, hinter Apu sehen wir schemhafte Schatten. Wir wissen ja, dass Kaidos Bande an Kartenspiele angelegt ist. Und die Nummern stehen wohl für 2-10 aus den Kartenspielen. Heißt also, dass es wohl 9 untergebene Kaidos sein müssen, welche unter King, Queen und Jack angesiedelt sind. Queen wundert sich, ob sie denn überhaupt eingeladen sind. Queen scheint sie wohl zu hassen. Dann sehen wir sie. Bei den Nummern handelt es sich um schreckliche, riesige Monster. Einer sieht aus wie ein Teufel, einer hat eine riesige Keule, wirklich abscheuliche Kreaturen. Plötzlich sehen wir Kaido um Big Mom, die aufgehört haben zu kämpfen und stattdessen trinken und Kaido verkündet. Wir von den 100 Bestien Piraten und die Big Mom Piraten schließen uns zu einer Piraten-Allianz zusammen, um die Welt zu erobern. Die Chance der Strode Allianz ist nun drastisch gesunken. Kaido und Big Mom in einer Allianz, wie wollen sie die beiden zusammen denn schlagen? So langsam nimmt Wano Kuni Fahrt auf. Langsam wird es auch Zeit, dass wir in den nächsten Akt in Wano starten. Was haltet ihr denn von diesem Kapitel und vor allem von den Nummernmonstern? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, scheut euch nicht und gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert über den Button links oben den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Für weitere Kapitel Reviews klickt unten auf die Playlist und gleich daneben findet ihr meine letzte One Piece Analyse, ob Momonosukes Teufelsfrucht tatsächlich ein Fehlschlag war. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr den Facebook Fanpatch folgt, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein, tschau!